Ich bin aus diesem Rotum Decks viel zu selten. Was macht das Kokowai hinter ihr? Hat sie ein Kokowai? Alter, wenn ja, ich schwöre es. Ich hasse dich instant. Oh Leute, guck dir den Gesichtsausdruck an. Die Raugenbrauen. Boah, das sind richtige Büsche, Alter. Sieh die mal ab, ey. Was ist los mit dir? Golgantis. Oh fuck. Wir sind schneller. Bitte. Nein. Ey, yo. Come on. Come on. Okay, Zähigkeit. Please. No kill. No. No. Du hast jetzt nicht erst den Hoodie gekillt, oder? Du hast jetzt nicht erst den Hoodie gekillt, oder? Du kleiner Bastard hast jetzt nicht wirklich den Hoodie gekillt, oder? Alter. So ein... Diddy. Do gott die doch eine Libellt-Craft. Triff. R-Wert Ab. bunker. Triff. Crypt Para. Boah, warum es Abruhr ist so böse gegen mich? Top Genesung, Alter. Junge, als ob euch deine Feuerhunde im Attacke so viel Damage macht. Okay, wir fliegen. Alter, bitte flieg uns zum Sieg. Geweiter, sonst stürkst du. Treff, bitte. Die Welt rast tot. Oh, lieber Gott am Himmel, lass ihn bitte nix Übles haben. Keine Bohnertalke und Triplette. Uuuuh. Uuuuh. Okay, okay, er macht eine Schlamm-Bombe. Das heißt, wir prädigten das, indem wir wieder zu Geweiterreigen gehen. Weil, das war nix von dir. Schlamm-Bombe. Fuck, mit der hab ich gar nicht gerechnet. Alter, mit der hab ich nicht gerechnet. Geh doch auf die Lehmbrühe. Okay, Lehmbrühe. Das darf nicht so viel Damage machen. Ja, das ist halbiert. Ja. Man merkt sofort. Und das war's jetzt mit dir. Ich hatte einen Hübertrank. Ich hatte einen Hübertrank. Und ich wollte gleich mit Koshiro beenden. Hey, wie kannst du Hoodie killen, Mann? Hoodie. Der, der ab der ersten oder zweiten Episode bis jetzt dabei war, Mann. Wie kannst du ihn noch killen? Dieses wunderschöne Hoodie ist einfach tot. Wir haben schon die zweite Reihe gefüllt von bei der Todesbox. Zwölf Pokes sind tot. Einfach tot. Ich hoffe, es ist dir recht, wenn ich meine Dankbarkeit in den Kopf ausdrücke. Kann ich nein klicken, bitte? Das ist im Grunde alles, was ich tun kann. Dafür bringe ich dir... Wo hast du jetzt einen Z-Craft-Wing, bitte? X-Bad? Oh, wieso lieb ich so einen X-Bad? Mann, warum? Äh, 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 Gigasauger. Geh, oh, ich bin ein Klau. Nein, 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 nein. Wow. Typ Feuer. Ja, das heißt Hydro-Pumpe. Let's go. Es ist... Nein. Nee, nee, oder? Tantoxa. Tantoxa. Ich bitte, dass er jetzt los denkt. Wuhu. Wuhu. Stirb. Ich seh, das Ding ist erst noch... Ich seh grad, das Ding ist auf der Level 55. Alter, welches Level werden dann die in der Liga sein? Äh, ich hab nicht so hohes Level. Ich denk grad so, okay, das ist jetzt wirklich das Ambigento. Was ist? Plötzlich, hä? Nein, es ist doch nicht das Sorak. Und wenn es das Sofa zurückbearbeitet, heißt das, er droppt den Z-Move. So ein Spacken, ey, so ein kleiner Spacken. Anschließend wird der Angriff des Ziels gesenkt. Okay, ich mach mal Kraftabsorber. Okay. Nein! Ich hab vergessen, der Typ hat Umkehrung. Ich hab seinen Angriff wirklich grad gesteigert, ne? Fuck. Mit der großen Prüfung, Hoodie ist tot. Ja, muss ich ein bisschen verdauen, doch. Er hat uns unseren Hoodie geklaut, wie ihr auch im Rahmen sehen könnt. Der Junge ist nicht mehr anwesend. Ist auch nicht weiter so schlimm. Gladio ist auch noch gekommen und spektakulär, wie Tentaxa, a.k.a. Hentai, auch ist, hat er den schwarzen Loch des Grauens einfach mal so getankt. So. Ich hab keine Lust, gegen eins dieser Trainer zu kämpfen. Das heißt, ja, ja, macht euren Karate-Dingsbums da. Und lauf, 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 lauf. Sehr gut. Oh, shit! Ne Crossma! Ma, boy! Leute, wollen wir ihn jetzt schon fangen? Aber ich wollte vergessen, dass der Junge nicht hier anwesend ist. Wenn ich sehr will. 65! Ey, Leute, darf ich den im Team haben, bitte? Darf ich den im Team haben, Alter? Da würde ich mich so unterstützen. Aber zuerst ein Flottball. Bap! Weiter. 1. 2. 3. Safe catch. Safe catch. Oh, Leute! Wenn ihr einen Evoli habt, könnt ihr es hier entwickeln. Oh. Ach komm, weißt du was, Alter? Ich will noch den Z-Kristall von Typ Eis mir holen, Alter. Oh. Bin ich hier richtig? Reicht es, wenn ich noch hier lang gehe? Eisstrahl! Was? Dicker, was? Was ist, wenn ich jetzt hier weiter lang gehe? Oh, Trainer, warum? 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 Flachess ist tot. Mit ihr, Alter, sie hat so, sie strengt ihren Po immer so raus, ey. Flachess, ey, was ist los mit dir? Liepumente? Da war der Hoodie hier jetzt so gut. Ich fahr ein bisschen. Ey, das ging jetzt zu weit. Ey, was hast du noch? Mil... Perfekt! Noch ein... Milotic! Oh, bitte misst die nächste Hydro-Pumpe. Blizzard! Warum droppst du Blizzard? Mach doch einfach die Hydro-Pumpe, wie gerade eben. Jetzt machst du die Hydro-Pumpe, ja, du kleiner, verwirkter Bastard, ne? Maaaaaaaaaaaaaaannnnnnn! Das kann nicht wahr sein. Warum stellen wir genau jetzt, bevor ich die Nassak fast fertig habe, die Pokémon? Jedes Pokémon schnippt mir gerade hier. Oh! So ätzend! Da! Gläsium-Z, ey! Mein Gott! Scheiß Z-Kristall, ey! Für dich habe ich sowas gerade gemacht. Alter, wachst du ein Pokémon von mir zu töten? Frau, sei gewarnt! Ich sag's dir, sei gewarnt! Jedes Pflanzen-Pokémon stirbt mehr! Ich glaube, ich habe keine Pflanzen-Pokémon mehr am Start. Oder? Ich glaube, ich... Doch, doch, ich habe noch vorher. Gelatourine, ich wollte gerade sagen, ich habe Shisha gerade. Korne. Hitzewelle. Step in... Innen-Sonne. Tänk's einfach. Hat der Junge nicht gemacht? Hat der Junge kein Burnout? Meine Dürre. Ey, top. Eierkopf, Alter. Steinkante. Er ging auf die Shisha! Du hast jetzt keine Explosion gedroppt. Digger, du triffst meine Shisha nicht! Gib auf! Ja, wir treffen! Boah! Tänkt er das einfach! Steinkante. Shisha, ich bin gerade fast verreckt, oder? Boah! Nein, ich habe doch... Äh, okay, er geht wieder auf eine Steinkante, das heißt... Sound of Police und ein Blubstrahl ins Gesicht. Ha! Ha! Hat der Junge kein Sessorio jetzt gedroppt? Oh, shit. Nach TIEP gegen wen? Oh, okay. Uh! Der Toxer lebt noch und Sessorio ist tot. Es geht noch ein Stockwert weiter hoch, Alter. Ne, falls irgendjemand kommt, Alter. Geh weiter, du bist das einzige Fogmann, was gerade noch quasi, sagen wir mal, ähm... Wie heißt das, äh... Was noch? Die vollen KP hat. Wo sind wir? Sehen wir? Wir sind angekommen! Ja, Regina, du darfst mitspielen in der Pokémon-Liga. Denn mit dem Team, was wir hier haben, gehen wir in diese verdammte Pokémon-Liga. Leute, oh mein Gott, da vorne ist es auch schon! Dieser eine Trainer mit dem Umhang und den Drachenattacken hatte mich am Rande einer... Äh, äh, fuck, 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 wie ist er? Ich weiß, wen du meinst, ich weiß noch nicht, wie das heißt! Ah!